übernehmen ok ok kurz ausgeführt führe ich ich weiß ich werde flankt stenzel der lebt noch ermedin demirovic liegt halb in der luft seht es als seitfalls hier ich habe keine ahnung 0 zu 1 eine minute 15 gespielt 1 15 gespielt so grob und demirovic nach der ersten ecke drin das tut das tut so gut das tut so gut natürlich generell tut es gut sogar rein zu starten aber es tut auch einfach gut dass demirovic direkt trifft es ist das ding wie bei und auf im supercup da ist immer eine ablösesumme hinter und die treffen sofort steckt hier wirklich halb in der luft seitfalls hier lange ecke müller beschwert sich da gab es einen zweikampf ein freiburger lag schwindt müller beschwert sich direkt nachdem er beim tor war vorlage quasi ja ungewollt von leveling und er liegt das liegt da halb hoch in der luft seitfalls hier links unten von müller gesehen auch ex freiburger demirovic typisch fußball typisch fußball 0 zu 1 ich trage es ganz selbstbewusst ein weil ich nicht glaube dass er den scheiß zurücknimmt so er nimmt sich zurück sagt ist das geil ging das schnell alter tor schütze wie gesagt ich tippe ja völlig offensiv und völlig positiv auf 3 1 aus dass ich vielleicht an die truppe glaube gleichzeitig ist natürlich freiburg auswärts auch kein spaziergang mein klar wir haben die frage wie läuft es jetzt schuster neuer trainer nach 800 millionen jahren streich wird schwierig vielleicht die ersten paar spiele muss ich vielleicht erst mal finden aber die haben auch einen ordentlichen kader also freiburg auswärts ist auch kein spaziergang jetzt hier direkt nach zwei minuten oder weniger als zwei minuten 1 0 zu führen ist natürlich absolut überragend jetzt kann ich den chat reingehen ja da ist es nämlich was ein ding erstmal danke für ihn der am start ist natürlich gerne like da lassen ist wichtig ein algorithmus dies das chat ist ja schon hier am start und ja falls irgendwie neues dabei ist auch gerne kostenlos das ficken 1 1 höhler ne kübler sorry kübler es recht sich immer promo macht so eine scheiße hier egal abonniert trotzdem 1 1 fernschuss eigentlich eine recht eine recht unscheinbare szene auf einmal ist er drin kübler kommentator sagt mir schon sachen die ich wie immer sehr gerne höre letztes tor von dem war gegen vfb super da war frei schießen ansatzlos lange ecke kommt übel nicht hin ja bissel bissel arg einfach würde ich mal behaupten bisschen arg einfach gut stänzel ist nicht schlecht stänzel spielt halt so wie ein stänzel spielt du weißt genau was du von stänzel kriegst du weißt genau was du nicht von stänzel kriegst der wird auch irgendwann wieder raus rotieren ein pascal stänzel wenn ein wagenmann 100 profit ist wenn ein stergio wieder hundertprozentig fit ist dann hat er ja ein zwei kandidaten vor sich auf der rv ich habe nichts gegen stänzel ich glaube das auch für die mannschaft brutal wichtig so stimmungsmäßig und sowas mannschafts ja sowas wenn man es denn mannschaftsharmonie oder wie auch immer aber klar das ist das ist nicht die die high end lösung pascal stänzel und jetzt ist die fans gerade richtig geil einfach mit der geilste ferngesang einfach es scheppert so geil rein wenn es das erste wieder anfängt auch nächste woche dann gegen mainz erstes heimspiel erst wieder anfängt mit 60.000 zuschauen das erste mal die trommel wieder guter forschung karawane logischerweise wie man auch im stadion vor einem die erste trommel wieder erste ferngesang angestimmt es wird langsam lauter und alle machen mit das ist jedes mal so dermaßen geil so dermaßen geil und was das dann auch für ein level annehmen wird in der champions league wird komplett gestört das wird komplett gestört ich bin gespannt wie die stimmung generell ist weil euphorie ist ja dermaßen da ob dann mal wie man es halt kennt man dann halt mal gegen keine ahnung gegen kiel mal schlechtere stimmung ist als gegen dortmund oder so es ist ja wäre alles in ordnung alles gegeben bin sehr gespannt was quasi auch da was ja die grundstimmung ist beim vfb wo man es vorhin von der erwartungshaltung an die leistung hatten was auch die erwartungshaltung oder an ja die erwartungshaltung ans grundniveau der stimmung im stadion sein wird bin gespannt aber ich würde richtig bock auf die heimspiele auf auswärtsspiele wie gesagt in leverkusen war es auch schon cool karawane erstes erstes heimspiel die champions league heimspiele werden komplett komplett gestört im positivsten sinne habe schon bock auf die saison ich habe schon bock auf die saison alter wie ist denn der drin wie ist denn der rein das ist ja ganz schrecklich das ist ja wirklich eine ganz schreckliche nummer 2 1 freiburg ein scharfer ball rein der ist gefährlich ja ist alles in ordnung grätsig ist da grätschten fast wegkriegen nicht ganz weggegrätscht und dann sitzt das ding 2 1 freiburg dann grätscht ihn dohan am ende final rein ja da ist grätsig noch mal dohan nübel geht mit den füßen hin ja das verstehe ich nicht ganz wie nübel da hingegangen ist tatsächlich scharfer ball im hintergrund grätsig grätscht eigentlich erstmal geil weg rollt auf den arsch nübel geht mit dem fuß hin fällt dann hin und dann wirkt halt dohan rein da verstehe ich nicht ganz warum gut ja gut ich habe keine zeit gehabt um da hin zu hechten aber wenn ich die hand benutzen darf dann geh halt mit der hand dahin dann geh halt mit der hand dahin ist mir ein bisschen zu krass so schnell wir haben ja krasse wir haben ja genug verteidiger und auch gute verteidiger sie sind halt gerade halt alle auf einmal raus und die wahrscheinlichkeit davon ist ja auch einfach nicht so sonderlich hoch du hast Schabot erspielt und Zagadou ist irgendwann wieder fit ein Roh ist jetzt halt mal verletzt du hast einen Hendrix einen sichersten Chase stellst einen Stiller hinten rein kannst aber einen Stairgy da reinstellen die sind aber halt alle gerade nicht fit und wie auch ist die Wahrscheinlichkeit dass er gerade wirklich immer drei, vier Leute am Stück nicht fit sind oder drei Leute am Stück nicht fit sind ist halt auch nicht so sonderlich groß deswegen würde ich da jetzt auch noch kein Drama machen natürlich jetzt unpraktisch dass es direkt am ersten Spieltag so ist unpraktisch direkt dass du jetzt das sofort merkst quasi die werden noch einen rechten Innenverteidiger holen steht ja klar ist klar in der Planung und dann ist das schon alles in Ordnung da hinten also ne so ist ja nicht wir sind hier leider Gottes auch wenn ich in der Halbzeit noch sehr sehr positiv war oder Positivität versprühen wollte wie auch immer wir sind hier deutlich näher vom 3-1 als vom 2-2 also da fehlt gerade wirklich Zugriff ja und drin wir sind nicht in diesem Spiel gerade wir sind gerade nicht in diesem Spiel wir befinden uns gerade nicht in diesem Spiel fertig aus wir sind gerade kein Teilnehmer dieses Spiels und das ist scheiße ist das die erste Erdung direkt ist das direkt die erste Erdung für uns erster Spieltag passiert und jetzt kommt er Anri Chase da ist er Karasur geht runter jetzt spielt Chase Bundesliga ist das geil und Undaff ist raus das ist schon ordentlich das ist ein krasser Wechsel Junge nimmst einen Käpt'n runter Stenzel runter nimmst auch einen Undaff runter gut der ist wahrscheinlich noch nicht fit für 90 ne Debüt für Chase das ist ein ordentlicher Dreierwechsel hey ja Zaun rein oh Rieder der Ball rollt perfekt auf Rieder zu und der zündet mal von da hinten boah war da doch ein Stück daneben aber es war zumindest mal wieder mit Zug zum Tor immerhin jetzt mal ne bisschen bisschen was schnuppern und genau das ist es halt genau das ist das was ich vorhin angesprochen hab Thema neue Erwartungshaltung was ist das neue gut was ist das neue schlecht weil das sind halt Sachen die auf auf solche auf solche keine Ahnung wie soll ich sagen auf solche Haltungen nach Spieltag 1 hab ich keine Lust peinlicher Auftritt für einen Vizemeister und für 100 Millionen das ist halt genau diese Haltung die die Jungs nicht an sich ranlassen dürfen weil die Ablösesummen bestimmen die auf dem Platz nicht die Ablösesum bestimmen die im Team da unten nicht für die können die nix dass sie halt mittlerweile so viel kosten und Vizemeister ja ist faktisch richtig also das halt auch nicht nur auf eine Saison blicken ne deswegen das ist genau das was ich vorhin gemeint hab das ist exakt das was ist die neue Erwartungshaltung was ist das neue Level was ist das neue Gut was ist das neue Schlecht da wer da werd ich und da werd ich immer dabei bleiben dass alles ein bisschen positiver zu sehen wir haben uns auch die letzten Jahre so viele absolute Überscheiße angeschaut und irgendwie schön gesoffen und wir steigen doch nicht ab und sowas da werd ich nicht anfangen nicht anfangen nach der letzten Saison nach Spieltag 1 keine Ahnung die Mannschaft kaputt zu reden damit fang ich nicht an nicht an Spieltag 1 mein gut was heißt frischer wir haben Supercup gespielt die haben Pokal gespielt also an sich dürfen die nicht großartig viel frischer sein als wir gut von mir aus bei Nationalspielern aber das frühe 1 zu 0 war wahrscheinlich echt sogar nicht gut für uns sagt sich immer leicht aber wenn ich das erste Mal dass es einfach so ein frühes 1 zu 0 ein Spiel getötet hat und das hat's das frühe 1 zu 0 hat uns nicht gut getan oh Gott was ist denn das für ein Ball Lebeling wir hatten der da vorne hin halluziniert Chase oh Chase zündet ein schade Chase zündet ein das war so ein bisschen ähnliche Position wie das Freiburger 1 zu 1 und auch knapp am Pfosten vorbei schade sowas hättest halt gebraucht jetzt jetzt 87.88 noch so ein 3 zu 2 da geht aber vielleicht drei Minuten ein bisschen Hitzigkeit hier rein aber so ich weiß auch nicht was ich jetzt noch großartig viel mehr dazu sagen soll zum Spiel ich hab es schon während dem Spiel viel gesagt hier für die Stream Highlights natürlich das Spielfazit sag ich mal ähm ja du bist perfekt gestartet du bist optimal perfekt gestartet nach weniger als zwei Minuten gehst du in Führung danach vor sich hin geplätschert hab ich auch damals da schon gesagt vor sich hin geplätschert Freiburg dann der Ausgleich ich sag mal ansatzlos ist nicht aus dem Nichts aber das Tor an sich war recht ansatzlos dann machen sie Druck einen muss du über entschärfen aber auch sonst ja 1-1 geht es in die Halbzeit leichter Freiburger Vorteil Hoffnung gehabt jetzt kommt vielleicht was Einwechslung und so weiter und so fort ne da kam nicht viel Freiburg war immer frischer wacher präsenter war da war griffiger ähm in dieser Phase wo es 2-1 fällt 3-1 fällt irgendwie so 54. bis 60. so grob äh so aus dem Kopf raus weiß ich ob es genau stimmt ähm kam ja recht schnell aufeinander aus 2-1 3-1 da wirkte es so als wäre der VfB nicht Teilnehmer dieser Partie die waren überhaupt nicht da sie brennen lassen ein bisschen geht nicht mehr ja und auch dann kam der dicke Dreifachwechsel dann kam ein Chase zum Bundesliga-Debüt ein Reader der es echt gar nicht schlecht gemacht hat eigentlich äh kam per Einwechslung rein Karasso raus Unterf raus und so weiter und so fort ähm aber Freiburg war immer mehr am Ackern die waren immer mehr am Ackern als der VfB du hast dich teilweise auffressen lassen wie gesagt gerade in der Phase von 2-1 und 3-1 hast dich auffressen lassen mittellos fand ich recht guten Begriff vom Kommentator hier äh mittellos weil auch danach kam kein großes Aufbäumen paar Bälle schlechte Flanken keine Ahnung wie gesagt mittellos da ging nix mehr keine Chance mehr irgendwie auf ein 3-1 auf ein 3-2 gar auf ein 3-3 ähm ja kein guter Start und eben halt vor allem so ein bisschen verwunderlich nach dem Supercup der war ja wirklich richtig gute Leistung in Leverkusen die auch sehr viel Hoffnung gemacht hat die auch weitere Hoffnung macht auch das schon während dem Stream angesprochen ich fange jetzt hier nichts an dass ich hier irgendwie sage oh Gott da sieht man es mal das war eine Eintagsfliege und ab in den Abstiegskampf nein Spieltag 1 der neuen Saison Leverkusen war es eine super Leistung die Truppe ist generell bockstark aufgestellt es kommt noch ein rechter Innenverteidiger auch das ist natürlich ein bisschen ja sag mal Pech dass ein Zagadou ausfällt eine Ruhr ausfällt gleich sag ich ein Stergio auch noch ausfällt und so weiter und so fort ist halt ein bisschen experimentell geworden da hinten ähm aber der wird sicher noch kommen ist ja fest in der Planung rechter Innenverteidiger da steht dann super Kader Touré jetzt noch in der Sturmbreite äh ja den VfB verbessert breiter aufgestellt ich bleib weiter dermaßen positiv sowas passiert Freiburg ist kein Spaziergang in Freiburg also Spieltag ist kein Spaziergang natürlich auch für den VfB oder für den Gegner von VfB jetzt nochmal umso mehr das ist wahrscheinlich auch schon in Teilen aber umso mehr halt jedes Mal das Highlight oder ein Highlight Spiel ne Platz 2 der Vizemeister kommt so ein bisschen ne und auch das direkt weitergesponnen ist halt immer die Frage Erwartungshaltung was das neue gut was das neue schlecht gehen wir jetzt so ran und sagen boah das war peinlich für einen Vizemeister mit dem Transferinvestment im Sommer oder lassen wir den Jungs Zeit lassen sie sich einspielen das ist immer so ein bisschen die Frage und da werde ich immer gerade nach den letzten Jahren wir haben so viel Scheiße geguckt wir haben so viel komplette Gülle kompletten Müll und schön gesaufen damit wir nicht schon davon aussehen dass ihr absteigt sondern alles noch schön gesaufen wegen ja vielleicht geht da ja was dann bleibt er vielleicht drin und Relegation und hier und da dass ich jetzt nicht anfange nach so einer unglaublichen Saison wie letzten nach Spieltag 1 irgendwas irgendeinen Teufel an die Wand zu malen ja das war keine gute Leistung war es nicht du hast hier hochverdient verloren in Freiburg hochverdient das hätte besser sein können aber es ist Spieltag 1 wie gesagt das Spiel in Leverkusen ist ein Gegenbeispiel dass die Jungs das können dass sie gute Leistung bringen können weiterhin der Trainer mit Hoeneß solange der Mann da ist habe ich sowieso Grundvertrauen war es halt ein schlechter Start passiert vielleicht gar nicht verkehrt für die Erdung hier und da die Erdung im Sinne von boah ja nächste Saison wieder Champions League und sowas und ne die Erdung von zu krassen Erwartungshaltungen vielleicht dafür gar nicht so verkehrt deswegen musste ich sein ich hatte auch auf den 3-1 getippt ich war hier positiv das war keine gute Leistung dass ich auffressen lassen daran musst du arbeiten aber ich werde hier nicht anfangen jetzt irgendwie keine Ahnung allzu negativ zu werden weil ich da gar keinen Bock drauf habe allein schon von dem her passiert passiert halt mal in Freiburg erster Spieltag machen wir weiter Dienstag Pokal danach Mainz erstes Heimspiel wir haben eine Champions League Saison vor uns und so weiter und so fort mir kann es hier keiner kaputt machen mir kann es hier keiner irgendwie negativ reden gar keinen Bock da drauf ja das Spiel war nicht gut ja hochverdient verloren erster Spieltag machen wir einfach bitte weiter einfach bitte weitermachen aber ich fange jetzt nicht an Junge nächste Woche Donnerstag rollt eine VfB-Kugel durch diese Auslosung der Champions League allein das macht mir sofort wieder ein Grinsen ins Gesicht Mund abputzen weitermachen das ist der perfekte Spruch hier aus dem Chat auch Mund abputzen weitermachen wir sehen uns hier Dalai wir sehen uns noch amor et dot com es dir